Guten Tag, liebe Clasher! Willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Fred, für MrMobileFanboy. Und heute mal wieder ein Clan-War-Video. Ich habe schon einmal angegriffen. Wir gucken zunächst einmal auf die Karte. 50 Angriffe haben wir bis jetzt gemacht. 59 Sterne geholt. Naja, ist jetzt nicht ganz so Premium, aber reicht natürlich noch für die deutliche Führung. 26 Angriffe der Gegner, erst 25 Sterne. Mal eben ganz kurz gucken. Nein, ich wurde noch nicht angegriffen. Einen Angriff habe ich schon gemacht. Sieht man da, auf Sardel 16 habe ich 2 Sterne geholt. Und ja, ist auf jeden Fall eine ganz besondere Konstellation, die sich jetzt hier ergibt. Denn, ihr kennt ja alle noch Matthias, der momentan im Clan Golems ist. Raute Golems, Marble heißt er da. Und ja, ich habe jetzt gesagt zu Matthias, wenn ich keine 5 Sterne schaffe in diesem Clan-War, dann kriegst du für mir ein feines Bier ausgegeben. Eine Flasche des Feinsten Grevensteiners. Kein Produktplacement an dieser Stelle, wir kriegen da kein Geld für. Hatte ich einfach nur gesagt. Ja, nach Adam Riese, ihr wisst es, 2 Sterne geholt, 5 muss ich holen, bleiben noch 3 übrig. Matthias sitzt jetzt hier auch ein bisschen noch neben mir. Also, er sitzt quasi auf dem Sofa, weil er noch irgendwas... Ich glaube, er spielt gerade Minecraft oder so, keine Ahnung. Und ja, jetzt schreibe ich wieder Leute an. Ich würde sagen, die Voraussetzungen sind jetzt nicht ganz so gut, weil ich nur 18 Schweinreiter habe anstatt meiner üblichen 22. Aber okay. Da müssen wir wohl durch. Wir füllen jetzt mal eben noch hier ein bisschen was auf, so lange. Ähm, 191 von 200 haben wir jetzt auch schon voll. Oh, ich bin so aufgeregt. Guck uns schon mal unseren Gegner an, wen wir denn mal angreifen. Empfohlenes Ziel wäre Mark Yayo. Mal ausspähen, was er denn so hat. Boah, das ist schon wieder scheiße, weil man da nicht direkt an den Barbarenkönig rankommt. Das finde ich jetzt schon mal nicht so gut. Moment. Da haben wir vielleicht noch einen weiter unten, den wir noch angreifen können. Nein! Das ist nix mehr frei, das gibt's doch nicht. Ach Leute, was greift ihr denn schon den ganzen Schlechten an? Lass die doch für den Papa übrig hier. Hätten wir noch Josie, den wir noch angreifen könnten. Mal gucken. Äh, ja, greife ich an. Greife ich glaube ich an. Und sich nur irgendwie den Barbarenkönig da rauslocken und seine komischen... Seine komischen Kaka-Clankollegen. Ansonsten hat er ja auch nicht so ne gute Base eigentlich. Müsste ich eigentlich schaffen. Hier unten die Schweinereiter dran gepflanzt. Ja, müsste ich eigentlich schaffen. Ich muss eben gucken, wann mein Barbarenkönig überhaupt fertig ist. Ich hoffe mal der dauert jetzt nicht noch so lange. Weil den muss ich natürlich schon mitnehmen. Oh, 36 Minuten. Na komm, den pushen wir mal eben. Den müssen wir mal eben pushen, tut mir leid. Auch wenn ich jetzt wieder ein paar Juwelen dadurch ausgegeben habe. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Ähm, kommt mein Angriff ins Video. Wat? Ne, das ist heute nur... Tut mir leid, heute ist nur Clan... Heute ist nur Clan-War-Video. Jetzt muss ich noch so lange warten. Na komm, dann gucken wir uns noch ein, zwei von euren Angriffen an. Aus dem Clan-War würde ich sagen. Wer hat denn hier drei Sterne geholt? Ba-da-ba-da-ba-dam. Kaum einer irgendwie. Oder? Ah, Zombie. Zombie-03 hat drei Sterne geholt. Und ja, Matthias ist ja noch hier. Wir wollen gleich noch was aufnebeln. Und zwar ein ganz neues Projekt. Was ich mir gerade ausgedacht habe noch. Wir dachten so, oh, noch Zeit heute. Wir nehmen doch mal was Neues auf. Auch mal was man ein bisschen so vorproduzieren kann. Weil wir uns ja auch nicht immer jeden Tag sehen. Und Matthias ja auch keine Playstation hat, mit der wir dann zusammen zocken können. Das Spiel, was wir dann gleich zocken wollen. Deswegen haben wir uns überlegt. Machen wir mal das besagte Spiel, was ihr dann später noch seht. Und gucken dann mal, dass wir da mal so ein paar Folgen rausbringen. Das wird bestimmt lustig. Auf jeden Fall Multiplayer natürlich immer lustig. Und ja, das werdet ihr dann auf jeden Fall sehen. Das wird dann als tägliche Serie kommen. Ich denke mal um 18 Uhr. Und dann haltet euch diesen Termin schon mal im Auge. Oder behaltet den schon mal im Auge. So, das war der Angriff von Zombie 03 auf jeden Fall. Mal gucken, wen wir sonst noch haben. Einige auch keine Sterne geholt. Einige einen Stern geholt. Boah, war das echt der einzige? Nein, Nixon. Der ist ja mittlerweile nicht mehr drin, weil das der zweite Count ist von Big Boss. Hat auch drei Sterne geholt. Oh, bei einem Rathaus Level 9. Nein. Na, okay. Da unten sind die Clan-Tribben. Die hat er dann rausgelockt. Ja, der Magier hat sie dann zerstört. Okay, da kommt jetzt... Ah, der hat sogar noch eine... Eine Burgenschützenkönigin und einen... Barbarenkönig. Jetzt kommt der Schweine. Ba-ba-ba-da-ba-da-ba-da. Da muss ich gleich mal unbedingt drauf achten, welches Level seine Schweine haben. Ich gehe aber mal ganz stark davon aus, weil es schon über Level 100 ist, dass die wohl auch dann schon auf Level 5 sind. Da machen die dann natürlich schon ordentlich Terz. Das muss man schon mal sagen. Ja, jetzt sind alle Verteidigungen. Sind jetzt auch alle weg. Und jetzt ja. Der Rest ist jetzt auch noch so ein Schaulaufen, würde ich das jetzt mal nennen. Nehmen wir eben schnell noch die Verteidigungsanlagen hier weg. Die sind ja alle schon weg. Jetzt noch eben die ganzen Lager und so, ja. Oh, das waren sogar nur Schweine Level 4. Aber 40 Stück? Boah, heftige Scheiße. Ja, wir haben leider nicht genug. Ich würde gerne noch ein paar mehr machen, aber... Okay. Ich hab gar nicht gewartet, Alex hier. Was? 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 Nein, ich hab leider das gerade voll. Also, okay. Wir gucken mal noch eben... Ich bin noch nicht ganz sicher, wen ich angreifen soll. Entweder Mark, Yayo oder Jöldi. Der Kleine heißt ja, come at me, Bro. Äh, hat das irgendeine sexuelle Bedeutung? Oder... Hab ich mich da jetzt vertan? Matthias ist doch Englisch-Experte. Mhm. Hat das irgendwie was... Ist das was Perverses, oder? Komm auf mir. Komm auf mir. Okay. Eine Aufforderung, der ich jetzt nicht nachgehe. Jersey! Was hat er denn für Sachen? Level 8, Bogenturm. Hier steht noch einer außenrum, warum auch immer. Hier ist natürlich... Das ist natürlich geil, weil er hat hier schön seinen Barbarenkönig und seine Clanburg. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das am besten anstellen. Der Barbarenkönig müsste uns dann normalerweise auch schon sofort sehen. Ich will natürlich, dass der Barbarenkönig und die Clan-Truppen dann gleichzeitig kommen, damit ich die mal wegsnängeln kann. Dass wir dann hier unten schön... Ich denke mal hier an dieser Stelle werden wir wohl angreifen dann. Weil wir hier sofort vier Sachen haben. Jeweils mit einer Mauer geschützt. Das ist eigentlich gut für... Ist eigentlich gut für die Schweinreiter. Mal gucken. Und den... Den Turm unten, den greifen wir auf jeden Fall dann noch mit ein paar Barbaren an. Da war auf jeden Fall noch welche... Boah, 21 Minuten noch. Also durch vier... Meine Fresse. Das dauert noch alles. Deswegen gucken wir mal eben ganz schnell noch... Ähm, dass wir mal eben noch ein, zwei geile Angriffe aus dem Clan-War und nicht eingucken, die wir da noch hatten. Vielleicht mal vom Gegner einen. Der Gegner hat vielleicht auch schon mal drei Sterne geholt. Bestimmt hat er das. Ja, Dizzle-Smasher hat bei Raffa drei Sterne geholt. Voll krass. Matthias hörst du bitte auf zu husten, danke. Matthias hat Aids. Matthias ist da in diesen Kreisen unterwegs, wo man sich das schon mal einschenkt. Nein, Scherz. Ja, trink ruhig meine Cola weg, du Arsch. Trink ruhig meine Cola weg. Ah, okay, genug hier. Ähm... Müssten Level fünf Magier sein und Level sechs... Riesen? Ja, ich stehe offen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Matthias hat jetzt auch Minecraft endlich mal von sich entdeckt. Er hat jetzt endlich mal entdeckt, dass man auch Minecraft spielen kann. Keine Sorge, es werden keine Minecraft-Videos von Matthias kommen. Ja, genau, Matthias. Hier hast du meine Hand, erzähl es der. Ah, jetzt sind auch die ganzen Verteidigungsanlagen. Okay, der hat schon wirklich mit ganz guten Sachen angegriffen, muss man sagen. Vor allem Level sechs Riesen, sollte man nicht unschätzen. Ah, ein Pekka läuft da auch noch rum. Ein Pekka hat er auch noch gehabt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut. So, 39 Sekunden noch, das wird jetzt ein bisschen vorgespult. Und man muss natürlich auch sagen, die Truppen, die er jetzt hier hat, sind natürlich auch nicht gerade die schnellsten. Die Riesen und die Pekkas. Die Magier natürlich schon ein bisschen schneller. Pekka Level eins. Ja, Magier Level fünf. Riesen Level sechs. Hatte ich mir schon gedacht. Na gut, so kann man es natürlich auch machen. Wir werfen jetzt nochmal einen letzten Blick auf unsere Sorge. Okay, 14 Minuten. Ich würde sagen, wir überspringen das mal eben jetzt. Ich lasse das mal eben noch weiterlaufen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es zum Angriff geht. Bis gleich. Ja, so, das ist noch wieder. Und der Barbarenkönig ist fertig. Jetzt können wir also auch angreifen. Natürlich mit nicht ganz den Truppen, die ich eigentlich wollte. Wir haben ziemlich viele Bogenschützen und Barbaren. 2018 von den Schweinreitern leider nur. Na gut. Wir versuchen unser Glück einfach mal. Ich hatte ja gesagt, wir greifen hier Josie an. Ich habe auch das Gefühl, dass wir da keine drei Sterne kriegen werden. Aber egal. Egal, egal, egal. So. Wir versuchen jetzt einfach mal hier, Kollege. Jetzt bitte alle da rauskommen. So. Da kommt jetzt hoffentlich einiges raus. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Lass da einige Leute rauskommen. So. Jetzt schicken wir noch unseren schönen kleinen Freund da hinterher. Ich hoffe mal, das reicht, ey. Ich hoffe mal, das reicht. Dass wir damit die Clan-Truppen wegkriegen. So. Ich hätte sie vielleicht nicht splitten sollen. Egal. Egal, egal. Ja, jetzt splitten sie sich nochmal. Ist auch nicht so das, was ich wollte eigentlich. Aber okay. Wir müssen mal hoffen, dass das jetzt noch reicht. Los! Greift an! So. Einmal Haltzauber zumindest schon mal. Los! Meine kleinen Schweinereiter. Ihr müsst das schaffen für mich. Na, da heilen sie sich. Zum Glück noch mal. Es sind noch ein paar da. Noch haben wir nicht verloren. Los! Mach ihn kaputt! Macht alles kaputt, was es hier gibt. Los! Ich weiß nicht, ob ich den dritten nochmal draufknallen soll. Ne, erstmal nicht. Wir warten noch. Wir warten noch. Wir warten noch. Los! Haut es kaputt! Komm. Was war der Geiz? Lassen sie sich jetzt noch einmal kurz regenerieren. Ah, sieht doch super aus. Sieht doch geil aus. Könnte fast sogar reichen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir hier natürlich noch eben kurz aufräumen. Oh, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit natürlich. Müssen wir natürlich mal hier ein bisschen rauszoomen am besten. Okay, einen Stern haben wir. Das reicht natürlich noch nicht. Ja, ja, du mit deinen dummen Riesenbomben. Okay, wir haben jetzt alles zerstört. Jetzt haben wir noch eine Minute Zeit. Oh, es wird so knapp, ey. Entweder kriege ich das Bier oder Matthias. Wer weiß. Hat ich überhaupt gesagt, dass er mir ein Bier ausgeben muss? Nein, wir werden sehen. Es wird knapp, es wird knapp. Nein, Riesenbombe! Okay, die oben sind weg. Komm, mach nicht das Rathaus noch kaputt. 47 Sekunden. Wir haben zum Glück aber die Magier noch. Die könnten uns vielleicht noch den Arsch retten, dass wir zumindest noch... Das Rathaus kriegen wir gar nicht mehr. Scheiße, wir kriegen hier mal zwei Sterne. Los, behaltet euch doch. Jetzt rennen die alle zu der Bauhütte hin, ey. Lauf doch zum Rathaus. Ist das denn so schwer zu verstehen? Oh, es wird echt knapp werden. 24 Sekunden. 20. Ei, 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 ei. Ja, jetzt laufen sie noch da oben hin. Ah, das wird eng, gell? Ja. Acht. Scheiße, ich habe es nicht mehr ganz geschafft. Schade, 97%, aber immerhin zwei Sterne. Saktare ist bereit. Ja gut, immerhin zwei Sterne. Was will man mehr? Schade. Ja, wir haben es leider nicht ganz geschafft. Aber ich wüsste da auch nicht... Mit der Zeit war es halt ein bisschen eng, aber okay. War jetzt nicht mehr drin. Auf jeden Fall, ja, werden wir wahrscheinlich das nächste Mal sehen, wie Matthias ein Bierchen genießt. Und ja, ihr habt euch wahrscheinlich gemerkt, dass die Folge heute um 14 Uhr nicht ganz pünktlich war. Matthias hat sie hochgeladen. Das reicht, glaube ich, als Erklärung aus. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt. Let's play Clash of Clans. Mit mir in Fred, tschüssi.